... zu finanzieren und diese schönen Bereiche, die hier stehen, die werden euch jetzt auch überreicht, den erfolgreichsten dieser gleiche Weiserschaft. Die Siegerierung wird vorgenommen vom obersten Spatschef des beiden Tischtennisverbandes, der sich jetzt aufgebüsten darf, jetzt schon ein paar Stunden lang da. Und dann schön, Herr Leib. Und er wird unterstützt und begleitet vom ersten Chef der Stabilportsteine, das war erster für Gemeinschaft der Stabilportsteine, er war auch gestern der Präsidentin da, Markus Mahl. Der Geschäftsführer ist dabei, der Gastgeber, der Bezieher, unser Beziehungsführer ist da, Hans Fischer. Ich danke noch, ich bedanke mich auch, ich bedanke mich auch, großartige Begeleitung, den Budi Schimmel, den oberen Kastner, die des Reifens los genannt haben. Wir haben ihn auch gut verstanden und auch ein Dank an unsere Schiedsrichter. Vielen Dank. Ich danke auch den Namen des Bartels Bischmanns, dem ausregendem Verein, dem TV-Himmolstein, für die hervorragende Arbeit, die er mit diesen beiden Tagen geleistet hat. Ich denke, das waren schöne Spiele. Der Bart Beringer hat sich seit langer Zeit mit diesem beschäftigt. Und ich denke, es ist nochmal an, was geht. Und herzlichen Dank bei dir für deine ganze Arbeit und meine Damen und Herren. Ich hoffe natürlich, dass diese Bartstelle im letzten Jahr in Rosenheim genauso erzeugt wird. Wir sind ein Vertreter von Rosenheim, der auch selber Pitsch bin. Ich denke, dass wir viele andere über den Kulten das machen können. Ich danke allen Schiedsrichtern, allen Verantwortlichen, wenn du hier leitest, herzlichst und wünsche euch Spiele, die sich für die deutschen Meisterschaften qualifiziert haben. Wir haben schon jetzt viel Erfolg und dass ihr die beiden Verfahren gut verbreitet und ich möchte jetzt schließen. Und danke nochmal allen für die quälen, entspannten Stil. Danke für die Google-Schreie. Und ich hoffe, dass ihr euch noch mal schmeißt. Ich will euch sehr toll machen, gehen zurück und dann werden wir jetzt. Vielen Dank, Bruder. Wir streiten zersabt und beginnen im Mix der C-Klasse. Auf dem vierten Platz kamen aus dem Bezirk Schwaben, Carolin Jakobs vom Thema Bündnis und ebenfalls mit der Freienverein Matthias Jörg. Vielen Dank.